Und du bist ausnahmsweise mal überbelichtet. Ja. 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 So unterscheidet man Amateure von Profis, während die anderen Idioten die Kamera vergessen haben. Hol ich sie. Ja. Für dieses geile Adventure. Obst ist gut. Hallo. 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 Was geht, Adrian? Entschech dich auch mal. Ich habe bisher ein Fladenbrot gekauft. Ein Fladenbrot? Ohne alles. Handy ist oberkacka. Content. Hey. Alter Ficks. Weißt du was? Du bist oberkacka. Okay. Wie und wie. Wann willst du die essen, Paul? Wie und wie. Wie und wie. Was hast du bisher gekauft? Ich habe also noch gar nichts. Ach so. Hast du die selbst mitgebracht? Also ja ok. Ich habe Fladenbrot und ich habe für die Allgemeinheit Heidelbeeren. Okay. Okay. Und dann nimmt sich erst was Gelb. Gelb regiert die Welt. Was auch immer das zu bedeuten hat. Word. Der eine sagt so. Du bist ein fucking fucker. Warum brauchen die so lange zum Einkaufen? Und der andere sagt so. Fuck. Was könnte ich denn? Mir egal. Wir brauchen noch was für. Wir brauchen noch was für. Ich habe hier vorne geparkt. Ich habe hier vorne geparkt. Gott sei Dank. Was sieht man da? Oh fuck. Look at these dudes. Look at them. Just walking down the street. Warum steht eigentlich auf unserem Nummernschild WACK? Ja klar. Mysterium Nummer 1 auf der Reise. Nach vielen Schaden. Wie organisiert man sich überhaupt? Das ist unsere, vielleicht in kurzem ein Series Update. Das ist jetzt unsere erste gemeinsame Bandfahrt zu einem Auftritt. Ja. Und das ist alles, das ist Neuland für uns. Wie lädt man die Dinge in den Kofferraum? Wir arbeiten mit deiner Allergie. Und so. Und so. Was der sagt, ja. Wie fährt man? Also Andy fährt. Ich kann auch fahren, aber. Das habe ich noch nie gesehen. Ich muss das nicht verweisen. Bis jetzt ist das ein Mythos. Also ich meine, ein Großteil der Sachen ist ja eh für unterwegs. Ja? Ja. Also ich denke nicht, dass wir uns die übelsten Brötchen-Krümel-Scheiße da reinfressen werden, während wir auf der Rückbank sitzen. Ja. Filme es erst die ganze Zeit. Ja, wir haben echt, wir haben sieben Stunden oder so. Wenn du es ernst, finde ich gut. Ja. Impressionen eines Fahrers. Und Lead-Gitarristen. Oh, shit. Ich wollte gerade eine röpsen, das ging nicht, Alter. Was willst du? Ich wollte gerade röpsen, aber es ging nicht. Ah, shit. Jetzt fühle ich mich richtig gut. Hey, no pressure. That's what I'm dealing with. Das ist das wahre Alasia. Alasia auch genannt. Ich glaube, ich sehe aus, als hätte ich übel so hart gekifft. Aber eigentlich wäre ich einfach nur richtig hart Allergie, oder? Das ist was ein harter Kiffer sagen würde. Ja. Geil, das ist einer von mir. Ey, wir müssen das raten, okay? Wir müssen raten. Wir müssen raten. Adrian! Adrian! Ich glaube, dein Brayden und Rod hier tänzt bald. Aber man darf uns dann eigentlich... Leute! Ich bin raus! Ich bin raus! Ich bin raus! ARD Text im Auftrag von Funk